Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Vernissage auf dem Tapis Mert in Aschstadt. Das Thema ist Vase. Sie werden ein Triptychon sehen, nämlich die drei niedrigen Verbindungen zwischen Tanz, Skulpturen und Integration. Das heißt, die Vase sind das Thema der Passage. Der tunesische Künstler, Charim Karim-Jertela, wird mit seinen Vasen, die die Dankbarkeit über Wasser und Nahrung darstellen, tanzen, einen traditionellen, geflogenen Tanz aus Tunesien, der Donce des Jars. Und dann haben wir noch die dritte Verbindung, interkulturelle Zusammenarbeit zwischen Tunesien und Deutschland. Jakobetam-Tam aus Rastatt und Karim Schertela aus Zart System. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018